happy birthday to you herzlichen glückwunsch für alle die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiele heute mal wieder mech arena und ich probiere wettbewerb zu spielen es ist beim wettbewerb 5 gegen 5 viel spaß ok die erste runde geht los fertig machen immer den hier ich habe gestern abend schon dingens gespielt wettbewerb 5 gegen 5 und da ich so gesehen hier hinten in der ecke ist eine sehr schöne ecke so mensch los heilig Hey, dich! 8 um alle gehen gehauen super erste runde geworden also die leute der gegner kennt da um die stelle wollen sich hinstellen kann das ist ein bisschen doof so 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 Ghost! Ha 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 ha! Uh! Ein Scharfschütze ist da! Ah! Hat er mich erwischt! Hat er mich doch erwischt! Ich wollte gerade wegfliegen! Naja, fliegen nicht, aber ihr wisst, was ich meine! Einmal so den Ansturm machen! Hm! Wache! Jawohl, ja! Ich war zwar nicht so gut gewesen, aber es war noch früh am Morgen! So! Schauen wir mal, wie die zweite Runde wird! Oh! Ich kann da einen Piloten aufleveln! Nice! Ich war eine drittbeste! Hm! Dann sag ich mal, bis gleich! Okay, los geht es! Die zweite Runde! Ich hoffe, ich habe eine bessere Performance! Oh! Na, der Fall ist schon! Ja, fängt das schon mal! Gut an! Naja, wir haben trotzdem gewonnen! Das ist ja Hauptsache! Oh! Oh! Na ja! Zack! Einmal durchschlitzen! Oh! Da kommt einer! Oh! Okay, der ist weg! Kommt noch einer! Kommt noch! Hmm... wo es wurde gewonnen nur sechs stück gestorben ist aber wenig gestern abend eine gruppe lieber richtig gut dann war alle gegner zerstört also einmal ja 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 Mensch warum bin ich da lang gefahren ich weiß es auch nicht genau 77 1 1 ja schauen wir mal die kennt schon alle die ecke darum das ist voll gemein naja ok wenn ich sie kenne und ja 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 genau ja Da kommt einer Da kommt einer Upsa nein 9 9 ok verlängerung 30 sekunden 10 c 11 10 ja das war spannend bisschen langweilig vielleicht aber spannend gut dann sage ich mal zur dritten runde ich glaube ich nehme noch vielmals gleich ich glaube ich nehme gleich mal andere ich habe jetzt gar keine punkte mehr ich glaube ich muss was anderes gleich spielen gut dann bis gleich bei einer ganz anderen ok wir spielen eine control points den wettbewerb die punkte habe ich schon alle geholt gibt es doch nicht ok es gibt es weiter spieler maus gemacht ok jetzt kann ich spielen ok 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 Beacon capturen. Smooth operator. Well done. Double kill. Get out. Well done. Beacon captured. Infinite fighting. Choice free. Well done. Infinite fire. Humiliation. Under the radar. Under the radar. The fire. Dominate. Well done. Schnell weg hier. Die schießen auf mich. Heil dich. Dankeschön. Okay. Ich bin voll. Er sieht gut aus. Wir werden gewinnen. Motorball. Alle Gegner besiegen. Das Problem ist, immer wenn ich eine Werbung anschaue und das Spiel startet danach, ist es ganz oft, ich kann danach die Figur nicht mehr bewegen. Also mein Mech. Und ich glaube, ich muss mir, bevor ich mal die ganzen Aufnahmen mache, erst einmal alle Videos anschauen, damit ich danach in Ruhe spielen kann. Na gut. Ich würde sagen, das war es dann für heute. Das waren drei Runden. Und sage Dankeschön für Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und drauf Wiedersehen. Tschüüüüü. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020